Ich lerne Deutsch. Nummer 12610 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Sei großzügig mit Komplimenten. Sei großzügig mit Komplimenten. Mit dem Frühling kehrt die Leichtigkeit zurück und die Welt erwacht zu neuem Leben. Mit dem Frühling kehrt die Leichtigkeit zurück und die Welt erwacht zu neuem Leben. Sei ein Botschafter des Friedens und engagiere dich für eine Welt ohne Gewalt und Konflikte. Sei ein Botschafter des Friedens und engagiere dich für eine Welt ohne Gewalt und Konflikte. Mein Anwalt hat mir geraten, den Vertrag zu unterschreiben. Mein Anwalt hat mir geraten, den Vertrag zu unterschreiben. Diesen Rasierschaum benutze ich für die Nassrasur. Er wurde mir empfohlen. Diesen Rasierschaum benutze ich für die Nassrasur. Er wurde mir empfohlen. Wenn ich Zahnseide benutze, stelle ich mich ganz nah vor den Spiegel, um besser sehen zu können. Sie schaut ihn liebevoll an. Was hat er wohl zu ihr gesagt? Sie schaut ihn liebevoll an. Was hat er wohl zu ihr gesagt? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bedrohung. Sie schaut ihn befreit. Vielen Dank.